Yo Leute, was geht ab Hessen? Willkommen zum neuen Cycle Hospital Vlog auf diesem Kanal. Heute bin ich auf dem Weg nach Erfurt. Von dort aus geht es dann ab nach Rostock, soweit ich weiß. Und dann geht es ab zur Deutschlandtour. Ich bin schon aufgeregt. Ich glaube es wird eine geile Geschichte. Ich nehme euch einfach mal mit und versuche ein bisschen was mitzufilmen. Viel Spaß mit dem Video. So, ich bin jetzt in Erfurt angekommen. Dort lade ich jetzt aus und steige dann ins andere Auto und von dort aus fahren wir dann weiter. Sechs Stunden oder so. Nach Süden runter. Nein, nicht ganz Süden. Moin. Nein, nein, nein. Ich auch. Was war dein Maximalpuls? 195. 34er Streife. So, wie ihr gesehen habt, vorbelastet gefahren. Gut ein 34er Schnitt hatten wir gehabt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Jetzt geht es dann einmal Mittagessen. Dann gibt es noch eine Massage und dann geht es zu Team Greissi. Es wird auf jeden Fall richtig cool. Draußen wenigstens langsam anzuregnen. Viel Wind ist es. Morgen wird wahrscheinlich den ganzen Tag Windkante. Tasche ist gepackt. Jetzt geht es gleich los zur Team-Präsentation. In Stralsund. Fast eine schlimme Fahrt. Auf geht's. Ich bin bei dem Kitzel. Yo. Keiner sagt, dass sie Bock haben wollen. Benz. Bei dem Wind. Bei dem Wind haben wir so Bock. So viel Bock haben wir da. Er geht als erstes auf die Kante. Ja, richtig. Prost, Bonbon. Hi. 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 für diese Neustadtour Moin Morgen Die große Feder wird wahrscheinlich los sein Morgen Sonne nach Schade eigentlich Die Hände müssen wir übrigens nicht die Tüche machen Wir haben alle Bock Jetzt gehts gleich los Die Musik hält ist so lala Jetzt wird aber schon Wir gehen aber Wir gehen Wir gehen Wir gehen Wir gehen Wir gehen Wir gehen So many words unspoken You took my heart Is already broken You don't have to wait I can take the pain I will surrender Let me go On a new adventure Jonas Jonas Das ist Schalke Keck der West Ja, ich hab den Gold Und dann Ich hab die Idee Erstmal getroffen Mit meinem Bruder zusammen Foto gemacht Er hat mir eine Mütze geschenkt Autogramme gemacht Das ist Das ist Weil die ganze Family eigentlich immer Wir gehen Wir gehen Wir gehen Wir gehen Auf Auf sind wir jetzt dabei? Untertitelung des ZDF, 2020 It's a new adventure Hat Pekin gewonnen? Nein, nein, nein. Nein, Paulus hat gewonnen. Habe ich von dir gehört? Ja, wir sind vor. Ja, also echt unglaublich. Die dritte Etappe, meine Damen und Herren. Zum zweiten Mal in der Fluchtgruppe. Zum zweiten Mal vorne mit dabei. Er fährt für die Nationalmannschaft Deutschland unser Glückwunsch an Henry Ulig Deutschlands. Ja, genau. Das ist schön. Ja, wir sind in der Fluchtgruppe. Das ist schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020